so ein wunderschön guten mittag liebe menschen willkommen zu dead by daylight heute mal das freie mal schauen ob wir jetzt mal schneller was finden als so gegen abends lange dauert wir müssen noch totems kaputt machen acht stück ich wollte nicht rausgehen sondern etwas suchen ich hoffe wir finden was naja das ging jetzt richtig flott mc thomas ist der richtig brutal aus der kille hat jetzt auch auf der gedrückt das sind alles nur per cg immer nice sieht man wo dead by daylight am besten gespielt wird am meisten und nicht auf dem pc ich hoffe wir schlagen uns gut ich freue mich Oh ja. So, dann schauen wir mal was wir als Killer bekommen und wie es so läuft. Ich hoffe gut. Also wenn man liegt, ist der Todesstatus interessant. So. Gestörtenabteilung. Das schimmelnden Haken. Da ist noch ein Haken. Sonst sind da überall Haken. Was ist das jetzt? Ach, die Seuche. Okay, ernsthaft. Ah! 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 Wow, wer ketscht mich an! Warum habe ich jetzt schon wieder den Seirasskiller? Ah, hör auf mich anzukotzen! 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 Und jetzt, hör auf mich anzukotzen! Ah, hör auf mich anzukotzen! Ach, hör auf mich anzukotzen! Oh, der wurde ja schon repaired, nice. Oh, da ist noch ein Totem. Sehr schön. Oh, Katze, überschreibt mich. Ich hatte mir ja gerade schon irgendwas... ...stich mir da ins Bein. Oh, die kratten mich da fest. Haben wir irgendwo noch ein Totem? Ah, da haben wir noch einen Generator. Ja, okay. Ich habe noch meine Ruhe jetzt mal. Ey, wie viele Fehlkanten-Checks? Unglaublich. Immer schön konzentriert bleiben. Ah! 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 Verdammt nochmal! Aber die bleibt da. Gehen wir erst mal zum Kölner. Ah! 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 Nein! Oh, wow. Wir sind der Ausgang jetzt nochmal gewesen. Oh, wow. Ja, okay, wir flüchten auch. Ja, gut. Der Katze wird kuscheln, unbedenkt. Ja, wir konnten alle fliehen, sehr gut. Oh, selbst so sicher habe ich gar nichts. Aber über Leben und Tapferkater habe ich ziemlich viel. Hm, die wenigsten Punkte, naja, gut. Deutschland, wir hatten Deutschland als Killer? Die Seuche, ernsthaft? Okay. Ja, lol. Also, Deutschland ist die Seuche, alles klar. Verstehe. Ja. Das war's für heute. Okay, das suchen wir wieder. Und da haben wir wieder was, ey. Das waren wenige Sekunden. Krass. Ich glaube, es liegt daran, weil am Abend zu viele Leute die Bedele spielen und wir dann nicht. In der langen Warteschleife verstecken. Da erstmal andere reinkommen. Fighter Randy? Fighter Andy? Okay. Das spielt ja auch Clouded. Okay. Drei Totems müssen wir noch kaputt machen, dann haben wir endlich die nächste Herausforderung abgeschlossen. Ich will schauen, wo wir sind und welchen Killer wir haben. Ich will nur noch dreuchen. Okay. � ja mann kürzer ich wollte ja eigentlich auf einer führte sie machen aber ich weiß nicht wie ich heute zeit habe und morgen deshalb vermutlich werde ich morgen wieder in final fantasy machen aber heute weiß ich es einfach nicht oder wo ich sollte ich vielleicht auch mal wieder machen ich glaube ich muss echt mal wieder tusten kohle lager wauw die krein Ja, ja. Oh, 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 oh. Wo ist denn der Keller? Der ist unsichtbar Warum fehlt der mir nicht angezeigt? Der ist unsichtbar Haben wir einen Kille überhaupt? Und was sind die Totems? Leute, da war ich noch nie. Eine Taschenampe. Ich glaube, den Kille gibt es gar nicht. Da scheint irgendwie eine Fähigkeit, haben wir da unten direkt bauen und das ist auch klar. Nervt mal aus, Stahl habe ich jetzt drauf herbekommen, für auch Kammer. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war der Glockentyp? Was hat er den ganzen Tag gemacht? Was hat er? Was hat er? Oh, sie ist jetzt auch noch rausgegangen. Hey, ich hab aber mehr Punkte als Fat Randy. Warum macht der nur 400? Was macht der denn? Julia Smiles. War Julia Smiles so afk gerade oder was? Macht der Dude was? Was ist der Fat Randy irgendwie, scheint er gar nicht zu machen? Der ist afk oder? Kann das sein? Der war jetzt über das gesamte Welt afk wie, äh, der Killer. Oh. Einmal schauen, der wird jetzt so verrückt. Ja. 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 Brutal. Lecker. Das muss geschmeckt haben. Ja, ich hab er ja noch meinen. Ich war bei mehr Punkten, entschuldige es mal. Also. So, jetzt würde mich aber interessieren. Wofür ich die Trophäe bekommen habe Durch die ihm das fertig geladen hat Na Ja jetzt könnte es bei mir im hintergrund laut werden weil meine katzen sie streiten Ich hoffe in öffentlichen parties insgesamt 500 fähigkeiten checks Brutal ok Ne machen wir dann in der öffentlichen party oder Gäbe es Kabel Picky was ist mit dir Und hier habe ich hier noch damit mal kurz eine rauchung und ich hoffe was meine katze möchte Wir brauchen immer noch drei oder drei autotem sein ich hoffe wir finden die jetzt Ah fehlt noch tut der Killer Pfff 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 Pff 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 Ah, es ist mir etwas zu Höhe draußen, ey. Ja, da kann ich es jetzt nicht dunkler machen. Hm. Naja. Ja. Ja. Das Spiel lädt aber ein bisschen heil, bis wir drin sind. Na komm. Ich will was machen können. Ich will Totems zerstören. Danke, mit... Silent Hill, waren wir da schon mal? Ey, das ist mir jetzt neu. Ey, die Map ist mir komplett neu. Und ich ziehe zum Teufel überhaupt nichts, weil es so hell ist. Ey, unglaublich. Ey, wir sind denn an der Schule. Unglaublich. Ey, die Map hat sich noch gar nicht. Ich sehe absolut rein, gar nichts, ey. Unglaublich. Das ist die Legion. Heimwerker. Oh, jetzt habe ich die Trophäe auch bekommen. Warum läuft der an mir vorbei? Ey, das ist doch ekelhaft. Warum ist es doch so dunkel? Habe ich mich nicht gerade selbst gehalten? Oh, jetzt habe ich mich gerade. Oh, jetzt habe ich mich gerade. Ich seh so viel ey, das ist, ne. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ah, WTF, wo kann ich da überall hin? Was zur Hölle? Was ist das, was ich da überall hinbekommen? Was ist das, was ich da überall hinbekommen? Warte mir, oder wo? WTF? Warte mir, oder wo? Warte mir, oder wo? Warte mir, oder wo? Was zur Hölle ist das? Warte mir, oder wo? Warte mir, oder wo? Oh wow Oh, ziemlich riskant Warte mir, oder? Nee, ich hab keine Ahnung Warte mir, oder wo? 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 Komm nur her Hättet den Haken vielleicht supportieren sollen Na ja Ja komm ich jetzt noch ein drittes mal Ich glaube ich kann eh keinen Haken mehr supportieren Oder höchstens nur noch einen Ne Das wäre nur Zeitverschneiden gewesen Es ist so zu versuchen Das wäre nur Zeitverschneiden Ah! Oh! Ah! 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 Sag mal, wo hampelt der denn hin? Das wird ne knappe Sache. Oh ne, zu spät. Jetzt musste ich unbedingt dagegen ran, was? Komm, hilf mich auf! Was zur Hölle ist mit dir, Posh? Ja, ich hoffe, der letzte kann sich noch durch eine Bodenluke befreien. Sie waren jetzt nicht wirklich geil, aber Selbstlosigkeit und Tapferkeit. Ja. Hm, der ist immer noch dabei. Aber wir haben den zweiten meisten. Die zweiten meisten Punkte von den Überlebenden. Okay. Der konnte sich retten. Und damit habe ich die... Das rett wenigsten. Also... Die treten meisten Punkte. Na ja. Ach, der ist auf den selben Rang, wie ich der... Nur 3000 Punkte gemacht hat. Und getwittet wurde. Läuft. Ich konnte hier aber irgendwie gar nichts sehen, ey. Muss ich schauen, ob ich meinen... Fernseher irgendwie heller stellen kann. Um... Nee, das ist toll. Oh, das ist toll. Gut. Okay. Okay, ich merke einen Unterschied. Sehr gut. Bisher wollen wir das auch nicht haben. So. Jetzt hätte ich es hoffentlich besser sehen können, ey. Zerkratzte Perle, was haben wir da für Fähigkeiten? Ach, jetzt nur die Einheit und die Wahrnehmung. Okay. 11.000 brauche ich hier. Ja, also noch ein Match und dann kann ich die beiden nehmen. So. Und ich habe wieder keinen Totem gefunden. Ah ja, ich wollte eine kurze Pause machen jetzt. Ups. Bekommen da draus gehen wollte ich jetzt auch nicht. Ja. Ich habe eine kurze Pause. Wobei, das ist mir glaube ich ein bisschen zu scharf. Das ist nochmal was am stillen. Das ist nochmal was am stillen. Moment. Ganz kurz. So. Ja, aber so kann ich einigemassene Spiele. Oh. Okay. Eine kurze Pause, dann bin ich wieder da und wir machen weiter. Äh, bis gleich. Ähm, nur noch schnell den Text eingeben. So. Begründer. Ja, ihr könnt. So. 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 And then we have to. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Oh der wird zu dritt in einem Generator Ach da hinten Warum legt das bei mir? Und was ist das für ein Geschrei? Oh ne die Krankenschwester haben wir als Killer Aaaaaah aaaaaah Oh, come on. Oh, das wollte ich gerade machen. Oh, come on. 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 Junge, noch mehr, bitteschön. Junge, noch mehr, bitteschön. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So good! Da war doch irgendwo ein Generator jetzt, was ich reparieren konnte. Was ich mich bekam hat? Oh! Oh! Sollt doch mal stehen. So, das geht noch. Irgendwo war doch da ein Generator. Ah, da. Sollt doch mal. Sollt doch mal stehen. 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 und bei tapferkeit krass das war ein point wir haben glaube ich auch wieder nur ein totem gefunden oder überhaupt trotzdem weniger als die die geflohen sind die haben nur fürs fliehen mehr punkte bekommen als ich wobei dieser marco der hat fast 30.000 blutpunkte bekommen krass oder einfach nur wegen der opfergabe ja 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 Naja, war aber ganz gut, so weit. Und wie viele Totems brauchen wir noch? Zwei. Zwei Totems, komm, jetzt will ich aber die zwei Totems bekommen. Gib mir die zwei Totems, ey. It's in the next match. Ich will das haben. Gib sie mir. Und zweit, wie sieht denn der aus, ey. Und der zieht sich um, okay. Dominator. Matosch. Ja. Okay. Putting this, you believe you're none. Okay. Okay. I don't know if I'm a bug of a boat. I just saw 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 a bug of a boat. I saw a bug of a boat. so Neu, da liegt er achterhinein. Gerade noch so. WTF? Was war das jetzt? Was war das? 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 Sound effect Wichser Haaa verdammt No mahl Hh 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 singe ich auch mal dafür ist das euer ernst sie haben noch keine einzige Generator repariert schlafen die oder was schlafen 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 Heldweifer hat gar nichts und ist, äh, ja, okay. Ich hab den zweitmeisten. Die zweitmeisten Punkte. Und der, der tot ist am PC, der hat weniger gemacht als ich sogar. Guck mal. Aber der Heldweifer hat immer noch weniger. Dass die die tot sind, dann, äh, Dominator macht hier irgendwie am meisten was. Ach, der Typ, ja, der hat mir auch schon mal geholfen. Steckt sie hier irgendwie wo fest oder was? Warum tut sie nichts mehr? CFK oder was? Ja, lol. Deswegen hat sie so wenige Punkte. Warum sind hier so viele AFK? Oh. Oh. Hey, der dritte Generator, der angefangen wird und nicht beendet wurde, ah, beendet wird. Das ist nicht. Warum wird sie nicht angegriffen? Ey, es sagt mir nicht, dass der Killer, äh... Blödsinn, die arbeiten zusammen. Ey, was, was zur Hölle ist das jetzt? Der versteckt sich da im Busch, was soll das werden? Ey, was ist los mit den Leuten? Ah, 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 ah... Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Der Kehle hilft dir bei ihm irgendwie. Das muss ich nicht ganz verstehen, aber okay. Oh, oh, oh. Das hängt ja auch mal ab. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 das sieht schlecht aus ja keine chance der wird getötet ich bin sowas von zu sagen oder auch nicht was ist das was machte da was macht der killer da nimmt sie vor ihren augen die bodenluke weg wo sie fliegen kann aber tut ihr nicht sie folgt ihr sie folgt den keller was hat das für einen Sinn was der heller könnte man irgendwie meinen der killer presst ihr irgendwas zu machen damit sie am leben bleibt hat Ah! Ah, das wird es zeitlich hier nicht mehr schaffen. Oder? Was schafft es hier noch? Ja, der rennt auch noch weg, der Keller. Ja, das wird es haltlich knapp. Jetzt aber schnell aufmachen. Ach, da schon, dass du in der allerletzten Sekunde nicht mehr durchgeschafft hast. Boah ey, da konnten die echt noch so viele Punkte fahren, weil die in Ruhe gelassen wurden. Ach, ja. Das wäre sehr komisch. Lass den Killer da machen. So, ich will jetzt nach verdammt nochmal zwei Totems zerstören, ey. Ist das möglich? Bitte. Nächstes Mal gehe ich Dinge draus aus der Party. Äh, wenn ich sterbe. Wird dann auch kein Bock dazu, da jetzt noch bis am Ende durchzuschauen, um sich so eine Kacke zu geben. Ah, alles in dem PC-Gamer, ja. Da spielen sie zwei Mal, äh, die Leute... Da spielt man zwei Mal und da wird King, okay. Jetzt müssen wir nur noch die Kehle beraten, aber heute nicht. Sitz in den letzten fünf Sekunden schon. Jetzt bitte zwei Totems zahlen. Gib sie mir. Spiel. Booster Kul beeswain. Abonniert euch. んだ Landesregierung, dass irgendetwas noch schlecht geworden sind. Die Seite und ich operate nicht Zweig. Bluthütter, okay Der Doktor, ist das dein Ernst, ey? Nein! Jetzt lass mich ein Totem zerstören Ich hab gerade ein Totem gesehen Fick dich, fick dich Fick dich, fick dich, fick dich, du scheiß Doktor, ey Okay Fick dich, fick dich Fick dich, fick dich Fick dich, fick dich Fick dich, fick dich Nice Hallo Du Arschloch, Mann Hey, das war... Ich hab nur noch ein Totem gebraucht, du Bichser Mann, ey Ich war gerade beim letzten Totem, was ich zerstören müsste für meine Herausforderung Was ist denn das für ein Misfi? Als Killer, ey Richtiger Dreckskerl, ey Ich könnte kotzen, aber so hardcore Ich hab nur ein verdammtes Totem gebraucht, ey Wie lange das dauert, bis ich nach meinem Totem wende und das zerstören kann Ey, das regt mich so hart auf gerade, ey Hart Hart Aber richtig hart Und warum habe ich jetzt plötzlich drei Zuschauer? Hallo Oh Ich, äh Wollte nur zwei Totems zerstören Dann hätte er mich ruhig töten können Aber der musste mich beim zweiten Totem unbedingt unterbrechen Und töten Ah, jetzt gehen wir nochmal in den Matchrand und hoffen wir mal, dass wir da noch ein Totem bekommen, ey Ich will die Herausforderung schon langsam mal aber sicher abschließen und nicht da, äh Stundenlang an einem hängen bleiben Nur weil ich jetzt nicht hinbekomme, ein Totem zuzustören, weil ich den nicht finde Oder dann ständig unterbrochen werde Aber das war ein wirklicher Arschloch Keiler Oh, spielen wir alle Cloudhead Interessant Hellhound, okay Was ist der, ne? Na? Spielen wir alle Cloudhead Sieht das richtig, jeder hat eine andere Umfressur Cool Äh, fast jeder ein anderes Outfit Pff, jetzt muss er nur noch der Kerle bereit werden Tja, wen nimmt er wohl? Zuerst dran Zuerst dran Ja, schön, das, was ich auch mittlerweile schon Ich hoffe, wir haben nicht wieder den Doktor als Keller Der ist echt nervig Na, ich kann das etwas schneller laden, damit ich was zu tun habe Ich weiß nicht, worüber ich sonst reden soll Das Spiel, ach, da sind wir wieder Ich glaube, ich habe da noch nie ein Totum gesehen Oh, wir sind alle da Ich habe hier schon mal einen Haken Oh, okay Die Okay Die Geisterform Gibt es hier überhaupt Totems? Das ist die bessere Frage Oh, wir sind wieder da gelandet Wieder irgendwo Ein Totem Nein, haben wir natürlich nicht Ey, bitte, sagt mir nicht, dass es in dieser Map keinen einzigen Totem gibt Ich brauche das für meine Herausforderung Ich will das schon irgendwie voll machen Ach, die ist da Die sprengt aber da jetzt nicht runter, oder? Die ist auf jeden Fall oben Musstest du da jetzt runterspringen? Ja, du musstest da runterspringen Jetzt bekommt sie mich noch Verschwindet sie einfach Wow, ey Ich bin wieder oben Ciao, ey Hä, wir brauchen nur noch drei Generatons Ich bin jetzt bei der dritten Eher am zweiten, aber egal Aber wir haben schon zwei Generatons Ah, und so schnell sind sie zu der Zwischale wieder weg Krass War echt zu dankbar, Dick Jawohl, ich sehe das nicht Das sind sie da Oh, mal Da Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, da ist noch ein Generator. Oh, das war knapp. Der hat mich nicht gesehen. Junge übertreibt mit dem Fehlkartenchecks. Ah, der beachtet mich gar nicht. Lass mich in Ruhe den Generator reparieren. Ah, der beachtet. 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 Ah. hallo komm her da ist offen jetzt kommt doch mal alle warum ist die jetzt weggelaufen kommt doch dahin da ist er offen sehr gut es kommt doch alle hier oh what the fuck ernsthaft ich werde noch getötet das ist dafür nur auf die anderen leute warten damit die auch mit herauskommen und dann wird man selbst getötet und die hatten schon wieder nichts konnten jetzt alle fliehen außer ich bin gestorben und habe die wenigsten punkte gemacht ja alles klar ich habe nur den ausgang aufgemacht damit die anderen heraus können ich hoffe jetzt bekommen wir endlich mal wieder mehr wo man ein totem bekommt ich habe echt so ein unglück mit der herausforderung unglaublich beziehungsweise was das mit den totems angeht ich würde das jetzt so langsam gerne mal abschließen aber so richtig sind acht totems die ich zerstören muss und ich bin jetzt schon irgendwie stunden dabei die herausforderung zu machen unglaublich wie lange sich so eine kacke ziehen kann ich hoffe das bekommen wir jetzt mal hin ich will jetzt verdammt noch mal das eine totem zerstören können eigentlich hätte ich das schon längst wenn der scheiß Doktor nicht gewesen wäre mit seinem verdammten Arschloch verhalten ja ging flott wir haben schnell was gefunden jetzt zweimal mit Thomas ok läuft wie viel ich hier geld ausgeben für sachen und so krass haben sie es jetzt mc thomas l7o hd was auch immer das für ein name ist keramiktoilette lol muss sich noch anpassen mit der rier krä vue rier 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 Ja. So. Wo dürfen wir das wieder hin? Und sich das mal fertig dreht. Gestörten Abteilung, ja. Genau, da würde ich hin. Genau meinen Ort. Na, Ausgang haben wir schon mal. Oh, da ist die andere. Das ist ein Generator, aber gut. Ich glaube, hier sollte es auch an Toten geben. Ah, schon wieder. Was hat Dieter für einen Skinnern? LOL Lass mich in Ruhe. Wie sieht die denn aus? Aber sehr auffällig. Muss ich schon sagen. Was ist das? Was sind das für zwei blaue Fähigkeiten? Talente, die mir da angezeigt werden. Ich habe keinen Schirmer. Oh, danke. Oh, danke. Ja, hallo Le. Ich habe mich schon gefragt, wann du schreibst. Ich will nur ein Totem zerstören, aber nicht zufrieden. Ich habe gerade, ähm. Was? Mein Mikro verkabelt. Das war anstrengend genug, also. Wo ist da ein Totem, verdammt nochmal. Ich brauche ein Totem. Ich brauche es aber für meine Herausforderung. Gibt's nicht zu teuer. Ich brauche es aber für meine Herausforderung. Ich würde das schon gerne mal abschießen. auch dahin die ob aber da ist ein generator ich hatte vor allem irgendeiner merkt die wir noch nie hatten zumindest ich noch nicht weiß nicht ob du schon mal bei der leute in der schule warst aber da war ich heute zum ersten mal schule klingt gut ja mich auch überrascht dass ich noch so lange spielzeit mal eine neue map bekommen das ist von stranger thing anscheinend von stranger things ja meine erste runde heute war gegen die solche wieder mal die war aber irgendwie lost scheiße jetzt war ich zu unkonzentriert zu aufgelenkt ja weil ich das ding verkackt habe da wusste sie sofort wo ich mich verstecke weil ich beim genaue das verkackt habe ernsthaft die krabbeltoilette hat disconnected warum und nehmt das so herr so ja die beim ersten mal da Prozent da hat sie mich nicht Prozent da hat sie mich nur einmal angegriffen ernsthaft und am ende ein todesstoß verpasst bin zweitmal da hat sie mich einfach nur angekotzt aber die rote äh perrode von ihr habe ich noch nie abbekommen beziehungsweise gesehen von ihr zumindest das was ich bei euch gesehen habe dafür dass ich die nur zweimal als killer hatte habe ich noch relativ wenig von ihr gesehen hallo warum finde ich überall generatoren da ist dann tot sorry aber tot und geht vor so endlich habe ich es naja ich werde erarbeitet wird er jetzt auch gleich aufhören die haben mich verloren ja läuft statt da auch gleich danach zu stehen achso Moment das ist doch was anderes oder ich höre die luke oh wow lol flucht durch die hinterte jetzt habe ich den triff hier auch bekommen ganz wenn da war ich direkt in der Nähe ich habe es gefunden wie schön jetzt konnte ich mal fliehen ja unglaublich nur weil zweit ist kann entdeckt haben warum haben die überhaupt so ein disconnect fehler die leute hier in letzter zeit ich hatte vorhin schon glaube ich zwei drei matches wo jemand disconnected hat ja das ist somit der andere hat sich nur 8600 ich habe mal 10.000 mehr ich habe sogar mehr als der keller gemacht krass krass So, nach über zwei Stunden, glaube ich, reicht es jetzt wieder. Irgendwann sollte ich mal Overwatch, warte mal. Ich überlege gerade, ob ich die nächsten Herausforderungen nicht von Klan nehmen sollen. Was habe ich da? Mit dem Talent Einfühlungsvermögen. Das müsste er organisieren. Oder hat sie das? Na, Selbstversorger. Aber sie hat auch Einfühlungsvermögen. Moment, oder? Ja, doch. Ähm... Okay. Ja, das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Das ist aber ihr Talent. Cloudet. Ja. Von 96 Metern. Hm. So wird er verwandt. Jetzt geht das. Egal. Nehmen wir an. So. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ähm. Mit Geschi. Im Outstream. Und ich werde jetzt, äh, noch was anderes machen, bevor ich einen Stream von Lemini schaue. Aber... Die dürfte jetzt dann gleich spätestens um 3 ausziehen. Meinte sie. Deshalb hab noch einen schönen Tag. Und vielleicht geh ich am Abend nochmal live. Mal schauen. Bis dann. Mal schauen. Mal schauen. Vielen Dank.